Herzlich willkommen zu unserem heutigen Ukraine Online Austausch von der Alliance for Ukraine und der Bertelsmann Stiftung. Heute zum Thema Religionsgemeinschaften auf Anregung meiner Kollegin vom Religionsmonitor. Wir haben dabei Julia Gernach, Journalistin, Autorin, Projektleiterin von Amal, die eben gerade auch eine Publikation mit meiner Kollegin Yasemin Eminau vorbereitet. Und dabei ist noch André Elin, Mitbegründer und Vorsitzender der ukrainisch-orthodoxen Berlin. Und den Ablauf gebe ich direkt weiter an Reden-Stiftung von der Alliance for Ukraine. Rico? Ja, jetzt. Zum Ablauf. Wir haben jetzt klassischerweise zwei Impulsgeberinnen zu dem Thema. Einmal, wie Claudia es bereits erwähnt hat, Julia Gernach, Journalistin, Autorin und Projektleiterin von Amal. Und an den Herrn André Elin, Mitbegründer und Vorsitzender der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde hier in Berlin. Wir werden, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten für diese Impulsverträge haben. Wir haben dann immer noch den Raum für drei bis fünf Minuten oder für ein bis zwei Fragen, wenn sie scharf und schnell gestellt sind, direkt im Anschluss. Gehen aber dann auch gerne nochmal fünfzehn bis zwanzig Minuten die sogenannten Breakout-Räume am Ende des, am Ende der Vorträge, um das Ganze auch nochmal in ein wirkliches Austauschformat zu verwandeln und vielleicht auch nochmal, ja, lokalere Fragen zu beleuchten. Ich würde auch direkt, um darin vor allen Dingen zeitnah einzusteigen, direkt an Julia Gernach weitergeben für den ersten Input. Genau, also Bühne frei, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Das, was ich jetzt vorstelle, ist sozusagen Work in Progress. Das ist ein Blick in die Werkstatt, in diese Broschüre, die ich im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, zusammen mit Sabine Rietz, einer weiteren Journalistin und der Fotografin Iman Hilal erstellt habe, ist noch nicht fertig und sie ist auch noch nicht veröffentlicht. Aber hier gibt es sozusagen eine Sneak Preview, um schon mal reinzugucken. Worum geht es? Es geht darum, erstmal den Bildschirm ordentlich zu teilen. So, jetzt müssten Sie es richtig sehen können. Es geht darum, zu zeigen, was religiöse Gemeinschaften, Akteure, Gemeinden in Bezug auf Geflüchtete und Engagement zeigen. Hier im Bild sehen Sie was sehr typisch ist. Es war das Jahr der Willkommenscafés. 2022 wurden sehr, sehr vielen Gemeinden sowas entstanden ist, wie Sie hier im Bild sehen. Cafés, wo Leute zusammengekommen sind aus der Ukraine und nicht aus der Ukraine alteingesessene, Neuangekommene. Und das ist auch das Thema von dieser Umfrage. Wieso kann man jetzt nicht weiterklicken? Kleines technisches Problem. Okay. Also es geht darum, Religion als Ressource anzuschauen, das Engagement religiöser Gemeinden und Organisationen für Geflüchtete. Mich hat dabei natürlich interessiert, was gibt es für Motivationen, was gibt es für Organisationsformen und welche Rolle spielt die Religion dabei? Was habe ich konkret gemacht? Es wurden 15 Gemeinden, Organisationen und Einzelpersonen ausgesucht. Davon grob gesagt drei katholische, drei protestantische, drei orthodoxe, drei muslimische und drei jüdische. Wir haben uns da konzentriert auf sozusagen die Religionen und die, die es in Deutschland am meisten gibt. Ausgeblendet wurden humanistische Gruppen oder atheistische Gruppen. Das hätte man auch untersuchen können, aber wir wollten uns eben auf Religionen tatsächlich konzentrieren. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, um Überblick zu kriegen. Und ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern Journalistin. Das heißt, ich habe mir dann aus diesen Recherchen rausgegriffen, Beispiele, die ich interessant fand und die bestimmte Merkmale aufweisen. Und zwar alle bauen Brücken in verschiedene Richtungen. Und wichtig war mir da auch tatsächlich verschiedene Richtungen anzugucken. Manche der Projekte bauen Brücken zum Beispiel zu anderen Religionen. Andere bauen Brücken in die kommunale Verwaltung. Die nächsten bauen Brücken in sehr unerwartete Bereiche. Und das andere, was auch alle Projekte verbindet, ist, dass jeweils ein Nebeneffekt entsteht. Also es gibt Engagement für Geflüchtete, aber nebenbei entsteht noch etwas, was in den allermeisten Fällen sehr wertvoll ist für die Gesellschaft und womit man so nicht gerechnet hat. Ich fange mal an, ein Beispiel vorzustellen, was Ihnen wahrscheinlich als erstes in den Kopf kommt, wenn Sie an dieses Thema denken. Eine protestantische Gemeinde in Berlin, die angefangen hat, sich zu engagieren in den ersten Tagen mit den ersten Meldungen des Angriffskrieges der russischen Armee auf die ganze Ukraine. Sie haben sich zusammengetan, haben einen Bus geschickt, haben 80 Personen aus der Ukraine nach Zehendorf in Berlin geholt, haben die Familien runtergebracht, haben eine Struktur gebaut. Es wurde immer professioneller. Es sind immer mehr Leute einbezogen worden. Und was der interessante Nebeneffekt an diesem Projekt ist, nicht nur, dass es ein Willkommenscafé ist, was es auch weiterhin gibt, dann das Interessante ist, dass über diese Arbeit sehr viele Leute, die eigentlich nur sehr lose noch mit der Kirche verbunden waren, angefangen haben, sich wieder zu engagieren und sich auch wieder für die Kirche interessiert haben. Das heißt, die Kirche hat in diesem Fall den Rahmen gestellt für Engagement. Sie hat etwas angeboten, was die Umgebung sich gewünscht hat, nämlich eine sinnvolle Tätigkeit. Sie konnten die Infrastruktur nutzen und dadurch wurde die Kirche so ein bisschen, ich sage mal, wiederbelebt. Wir wissen ja alle, die Kirchen, denen geht es im Moment gerade nicht so gut. Viele wollen austreten. Es geht einfach runter mit dem Engagement und der Mitgliedschaft. Und in dem Fall hat die Kirche davon sehr profitiert. Sie wurde wiederbelebt und mehr Leute interessieren. Hier ist ein Bild aus dem Garten, der vorher auch nicht so stark mehr benutzt wurde. Auch die Gebäude der Kirche wurden wiederbelebt und sind neu genutzt worden. Hier sehen Sie ein ganz anderes Beispiel. Das ist eine Gemeinde, die von vornherein sehr aktiv gewesen ist. Das ist die jüdische Kultusgemeinschaft Baden in Rottweil. Das ist eine sehr orthodoxe jüdische Gemeinde, die sich dadurch herauszeichnet, dass da schon immer, also die Umgangssprache war eigentlich immer russisch bis zum Krieg und wo in erster Linie russische Juden und ukrainische Juden zusammen diese Gemeinde machen und die in den letzten Monaten sehr, sehr viele jüdische Geflüchtete und vor allen Dingen orthodoxe jüdische Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben. In sehr enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und in Rottweil, anders als in Berlin und in anderen Orten, gibt es Leerstand. Das heißt, auch die Kommunen waren in der Lage, für die neu angekommenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und die Integration lief da über die Gemeinde. Zum Teil sind es Familien mit elf Kindern, die angekommen sind. Die Gemeinde ist extrem gewachsen. Und ich habe mit der Vorsitzenden Tatjana Malafi da gesprochen. Meinte, ja, und wie handelt ihr das, dass jetzt keine Konflikte entstehen zwischen den russischen Gemeindemitgliedern und den ukrainischen? Und da sagte sie, über Politik wird hier nicht gesprochen. Wer über Politik reden will, muss rausgehen außerhalb der Synagoge. Hier haben wir wieder ein eher typisches Beispiel, an das viele Leute wahrscheinlich gleich am Anfang denken. Friedensgebete gab es in sehr, sehr vielen Gemeinden. Da sind Leute zusammengekommen, um für Frieden zu beten, aus Betroffenheit und Angst, als sie die Bilder aus der Ukraine gesehen haben. Was interessant daran ist, ist, dass da häufig dann Verknüpfungen entstanden sind. Also, beispielsweise bei diesem ökumenischen Friedensgebet in Berlin-Langwitz ist daraus so eine Art Treffpunkt geworden, wo Leute zusammengekommen sind, die sich persönlich engagiert haben, die beispielsweise Familien aufgenommen haben. Aber auch Leute, die damals 2015 schon sich engagiert haben und die das jetzt weiter tun. Auch da sind interessante Nebeneffekte entstanden. Dann hervorzuheben sind natürlich auch kirchliche, vor allen Dingen Hilfsorganisationen, die eine unglaublich große Infrastruktur haben, die auch zur Verfügung gestellt wurde und schnell aktiviert werden konnte. Beispielsweise dieses Projekt in Brandenburg, wo ein ganzes Kinderheim aus der Ukraine innerhalb von wenigen Tagen umgesiedelt wurde, behinderte Waisenkinder mit ihren Betreuerinnen sind alle umgezogen. Und da hat die Caritas zusammengearbeitet über die verschiedenen Ländergrenzen hinweg. Auch das ist was Besonderes an Religionsgemeinschaften, also gerade Kirchen natürlich, dass es diese Infrastruktur gibt. Apropos Infrastruktur, da sind natürlich die muslimischen Gemeinden bisher eher schwach aufgestellt gewesen, muss man dazu sagen. Denn seit 2015, als viele muslimische Gemeinden sehr, sehr viele Geflüchtete aus Syrien aufgenommen haben, ist da viel passiert. Es wurden auch so eine Art Wohlfahrtsverbände aufgebaut, Organisationen aufgebaut, GGMBHs sind das zum großen Teil, die in der Lage sind, Fördergelder anzunehmen, abzurechnen und eben auch solche Dienstleistungen anzubieten, wie sonst beispielsweise von Diakonie und Caritas, natürlich in einem ganz neuen und kleineren Rahmen. Interessant, das Beispiel der Al-Nur-Moschee in Hamburg, die sagen, es ist gut für uns, wenn wir uns engagieren, helft, macht glücklich und es ist gut für unsere Jugendlichen, gerade die aus Syrien, wenn sie eine gute Aufgabe haben. Also haben sie sich auch engagiert um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Das ist nicht so leicht, denn natürlich gibt es da viel Diskussion darüber, über diese Grundgleichbehandlung von Geflüchteten verschiedener Herkunft. Darüber hat auch Jarbus Böge erzählt, das ist ein Jugendlicher, der sich ganz persönlich engagiert hat, der wochenlang mit seinem Auto ukrainische Geflüchtete durch Berlin gefahren hat und das aus religiöser Überzeugung getan hat, auch aus Neugier und dabei sind viele Verbindungen und interessante Begegnungen entstanden. Begegnungen entstanden sind natürlich auch über die Religionsgrenzen hinweg, zum Beispiel bei der jüdisch-muslimischen Kooperation in Kiel. Da setzen die beiden Gemeinden da an, dass viele Gemeinden im Moment große Probleme haben. Die Pandemie hat einfach Spuren hinterlassen, viele Gläubige kommen nicht mehr, haben sich abgewandt, haben das Interesse verloren, haben sich abgewöhnt, in die Gemeinden zu gehen. Und gleichzeitig stehen viele vor ähnlichen Problemen. Das Thema, wie kriege ich meine Kinder von TikTok weg oder wie kann ich die davon abhalten, zu viel Social Media zu machen, ist was, was im Moment sehr viele beschäftigt. Und die Idee von dieser Kooperation ist, es gibt Themen, die alle betreffen, die nicht unbedingt religiös sind, aber was ein Bedürfnis ist und was Fragen und Ängste bei Menschen hervorruft und wo es gut ist, diese Themen anzugehen, um darüber Menschen zu erreichen und dann auch wieder für die Gemeinden zu interessieren. Also hier sieht man bei vielen Diskussionen tatsächlich, dass die Gemeinden auch in der Krise sind. Nicht in der Krise ist die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Berlin. Darüber wird uns André Ilin gleich erzählen. Er gehört auch zu denen, die für diese Broschüre interviewt wurden. Aber er erzählt gleich selber, was seine Gemeinde macht, die natürlich im letzten Jahr unglaublich gewachsen ist und sehr viele neue Aufgaben übernommen hat und für viele eben ein Stück Heimat bedeutet für die, die als Geflüchtete hierher gekommen sind. Frau Walter hat es eben schon erwähnt. Es ist diese Broschüre in Anlehnung, in Inspiration von dem Religionsmonitor auch abgeleitet worden, wo ja eine der sehr vielen Beobachtungen, die da aufgestellt wurden, dass Religionen und Religionsgemeinschaften zwar in der Krise sind, aber trotzdem gerade in diesen Zeiten von Pandemie und Krieg viele Menschen sich dann doch an die Religionen wenden, weil sie sich Konfliktbewältigungspotenzial da erhoffen. Mit dieser Fragestellung und dieser Überlegung im Kopf bin ich natürlich auch in die Interviews reingegangen und habe dann aber herausgefunden, dass da noch ein anderer Effekt entstanden ist, dass nämlich die Krise, in der wir uns befinden, für viele Religionsgemeinschaften, die sich, wie gesagt, auch in einer Krise befinden, eine Chance für Erneuerung bietet, dass viele was anbieten, was Menschen, ich sage mal, glücklich macht, nämlich, dass sie sich engagieren können, dass sie helfen können, dass das auch eine Art von Seelsorge ist oder Ausdruck von Glauben sein kann, was dazu führt, dass mehr Leute, die Kirchen, die Gemeinden, egal welcher Religion, sich da wieder zugehörig führen und wieder mitmachen wollen. Das heißt, es ist im Prinzip eine Win-Win-Win-Situation. Die Menschen können Trost finden, indem sie sich engagieren. Die Religionsgemeinschaften werden mit neuem Leben erfüllt und gesellschaftliche Probleme werden angegangen und in vielen Fällen, wie ja auch in der Fläche des Landes, ganz gut gelöst. Soweit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gerlaff. Claudia, machen wir weiter. Genau, das ist ja schon erwähnt worden, die ukrainisch-orthodoxe Kirche in Berlin. Und wir haben heute als Referenten hier Andrei Ilin. Er ist nicht nur Vorsitzender, sondern auch Mitbegründer der russisch-, der ukrainisch-orthodoxen Kirche in Berlin. Und als wir uns das erste Mal gesprochen haben, war er gerade zwischen Einsätzen auch zur Erdbebenhilfe, also nicht nur Ukraine, sondern wirklich überall ist die Gemeinde und ist Andrei Ilin engagiert. Von daher freuen wir uns, dass das klappt, dass Sie hier einen kurzen Einblick geben können. Geh, Ilin? Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich einen heutigen Austausch reinnehmen darf. Ich wollte sofort zu der russischen-orthodoxen Kirche in Deutschland kommen, wo das noch gerade erwähnt wurde. Unser Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Informationen auf dem Weg zu Russland geschnappt, wo russische-orthodoxe Kirche in Berlin personenbezogene Daten von den geflüchteten Ukrainern, die in Empfang genommen waren, nach Russland sogar, jetzt FSB, damalige Kirche KGB ist, gesandt haben. Das heißt, russische-orthodoxe Kirche war und bleibt immer eine Kreatur der Sicherheitsdienst in Russland und arbeiten leider weiter für ihre Heimat. Der Kloster ist auch alles sehr schön, aber die Infos, wer wohin ging, wo der ukrainische Flüchtling wohnt, wie viele Familien er hat mit dem Familiennamen und mit Geburtsdaten, ist alles nach Russland geschickt. Ich bin natürlich sehr unparteiisch, sehr parteiisch, Entschuldigung, in der Sache, was die russische-orthodoxe Kirche anbetrifft oder Russland überhaupt, aber ich glaube, jeder kann mich verstehen, mein Land ist angegriffen worden, aber die Fakten sprechen für sich und es ist leider so. Es gibt auch die russische-orthodoxe Kirche in der Ukraine, die nennt sich ukrainische-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat. Da sind noch viele Gläubiger, die dahin gehen. Die Gläubiger, die aus der Ukraine geflüchtet sind, gingen zur russischen Kirche, die kamen nicht zu uns, die gingen zu der russischen Kirche in Berlin, aber wie gesagt, das ist nicht ganz alles ohne, was die russische Kirche an die Hilfe leistet. Zu unserer Tätigkeit. Wir waren ein kleiner Verein, den wir in 2014 angefangen haben zu gründen. 2015 sind wir eingetragen worden. Der war extra für unsere Gemeinde geplant. Das war ein kleiner Verein, der eigentlich nur der Kirche, der ukrainischen-orthodoxe Kirche, in Berlin dienen sollte. 2015 war auch der andere Verein Ukraine Hilfe Berlin gegründet. Wir haben eng zusammengearbeitet und vorwiegend die Hilfe für die Ukraine, weil der russische Eingriffskrieg ist bis 2014 angefangen, nicht 2022. Seit der Zeit hat Ukraine Hilfe Berlin viel medizinische Hilfe vor allem in die Ukraine geleistet. Wir haben um eine Hilfe dabei unterstützt. Wir, wie gesagt, arbeiteten eng zusammen. 2022, am 24. Februar waren wir natürlich alle schockiert von dem, was passiert wurde. Ich wurde vor zwei, drei Tagen am 23. auch von verschiedenen Sender interviewt und da habe ich bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass das passieren wird. Meine Eltern sind in der Ukraine geblieben, meine Großeltern sind in der Ukraine geblieben und da habe ich gesagt, nein, der wird das sich nicht erlauben können. Es hat ein anderes passiert und bereits am nächsten Gottesdienst, wenn ich mich nicht irre, war das der 28. Februar oder 27. Februar, da hatten wir schon unsere kleine Kirche in Hermsdorf voll. Es kamen viele Ukrainer, die vorhin zur russischen Kirche gegangen sind. Es kamen viele Ukrainer, die schon geflüchtet waren und es war ein Chaos. Alle wollten Trost haben, alle wollten helfen. Wir haben uns auch schneller organisiert mit allen anderen ukrainischen Initiativen und Vereinen in Berlin und mussten in eine andere Kirche umziehen. Irgendwann waren sich so viele Ukrainer, die zum Gottesdienst kamen, dass die kleine Dorfkirche, wo wir vorhin waren, war schon viel zu klein für uns. Die Gemeinde in Berlin-Sriegenau, das Nathanael-Kirche, hat uns die Räumlichkeiten für den Lagerzusammeln und Giftsgüter zur Verfügung gestellt und dann in einer Woche sind wir dorthin als Kirche umgezogen für die Gottesdienste und dann im Mai haben wir das schon abgesprochen, dass wir auf Dauer in der Kirche bleiben dürfen. Es war eine Herausforderung für uns alle. Wir haben 20 Stunden am Tag alle gearbeitet. Wir haben viele Aufgaben bekommen, die wir vorher nie gemacht haben und wir haben mit uns viele Probleme begegnet. Die Geflüchteten. Das war die größte Herausforderung für uns als Gemeindemitglieder und für den Vater, weil plötzlich ist die Gemeinde drastisch gewachsen. Es kamen Leute, die brauchten Trost, die wollten eigener Heimat helfen können. Und diese Möglichkeit konnten wir dann anbieten. Wir haben die Hilfsgüter in der Kirche gesammelt, gesammelt, sortiert. Das war ganz wichtig für die Gemeinde, für die neuen Mitglieder. Die konnten sich an der Hilfe für die Ukraine beteiligen. Chile kamen jeden Tag, weil die konnten nicht einfach sitzen. Die sind zwar so verpflichtet, weil es lebensgefährlich in der Ukraine war, in den östlichen Regionen, in der Ostregion Kiew, wo es der Einmarsch am stärksten war. Aber die wollten weiterhin eigene Heimat unterstützen. Und dabei beim Sortieren konnten sie sich austauschen. Es war alles klar und schön. Und die haben diese Energie eingesetzt. Aber die waren alle traumatisiert. Und das ist das größte Problem. Alle, die geflüchtet waren, kamen traumatisiert und brauchten Unterstützung. Und da war der Pfarrer jeden Tag, wir waren mit ihm in der Kirche von sieben bis 22 Uhr täglich. Und er hatte immer was zu tun im Sinne von der Seelsorge. Der war ständig mit den Menschen im Austausch, in Kontakt, hat die getröstet. Leider war es auch viele Trauerangelegenheiten, wo wir über die Verstorbene oder Getötete gebeten mussten, weil es waren, wir wissen, vorwiegend Frauen, deren Männer in der Ukraine gegeben sind, um eigene Heimat zu verteidigen. Und die kamen ums Leben im Krieg. Und da sah man mindestens drei, vier weinende Frauen am Tag, die kamen, um die Sorgen loszuwerden, um eigene Trauer mit jemand anderem zu teilen. Es war wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Wir waren klein, wir hatten nicht genug Kräfte, um mit den Menschen zu arbeiten. Man muss da auch eine psychologische, psychologische Hintergrund zumindest haben, nicht die Ausbildung, dass man solche Fälle behandeln kann. Aber dann kam zur Hilfe die deutsche Gesellschaft. Das war natürlich enorm, was die Bewohner Deutschlands für die in Klinien geschafft haben. Alle haben schon gehört, wahrscheinlich die Zahlen, das ist ein Präzedenzbreit, wie viel für die Ukraine gespendet wurde in 2022. Aber die Präsenzhilfe war auch enorm. Wir hatten in der Kirche circa 300 Freimänie Geflüchtete aus der Ukraine, die täglich kamen, weil es so viel zu sortieren und zu verpacken war. Und wir hatten ungefähr 60 bis 80 deutschsprachigen Freiwilligen, die uns unterstützt haben. Aus denen waren auch ukrainisch-russischsprachige, die diesen psychologischen Hintergrund hatten und mit den traumatisierten Menschen arbeiten konnten. Das hat mich enorm bewundert, wie doder sie sich eingesetzt haben, für die Ukraine. Und was für einen riesen Aufwand die übernommen haben. Weil das für mich war es unmöglich. Ich hatte zu viel zu organisieren. Ich habe mich in dem Zimmer versteckt und hang am Telefon. Und die haben sich selbst organisiert. Das war wirklich nichts zu beschreiben. Und viele sind aufgeblieben. Viele kommen auch heute noch in der Kirche. Es gibt natürlich nicht so viel zu tun mehr. Es wird nicht so viel an Hilfsgüter gebracht. Aber es gibt trotzdem Medizin, die uns gespendet wird und auch die Sachspenden. Und die deutschsprachigen kommen auch weiterhin. Als die erste Phase überwinden wurde, es war so Ende Mai, Mitte, Ende Mai ungefähr, wo dieser Schock dann teilweise vorbei war, kamen die anderen Probleme. Das war die deutsche Bürokratie. Das kenne ich sehr gut, weil ich vom Beruf selber Anwalt bin. Und da haben die Geflüchteten sich damit beschäftigen müssen. Und die Anträge zu stellen, diese auszuführen, wo du die deutsche Sprache nicht kannst. Und wo du in jedem Amt einen Russen hast, der für dich übersetzt, weil die Kommunen glauben, ach ja, die sprechen ukrainisch, ist doch russischer Sprache gleich. Und setzen da die russischsprachen Übersetzer. Ich habe es selber erlebt, weil ich ein paar Fälle doch zum Sozialamt begleiten musste, wo die Übersetzungen nicht so sauber liefen, weil das waren eben Russen und die wollten nicht so dolle diesen Ukrainern, die hier jetzt um Sozialhilfe baten, unterstützen. Ist leider so. Und wir haben angefangen, eine Gruppe zu bilden mit den Übersetzern, die diese Hilfe für die Frühstädte geleistet hat, mit Formularen ausfüllen, mit Schreiben beantworten. Es war wirklich ein Haufen Arbeit, weil, äh, als die Leute gehört haben, weil die haben vorwiegend unseren Freiwilligen geholfen, die bei uns in der Kirche gaben. Das hat sich umgesprochen. Und jeden Tag nach dem Wortesdienst standen Menschen mit der Bitte, auch wir haben hier das von mir. Das muss noch rausgeführt werden, auch könnten sie mir übersetzen. Ähm, wir waren wieder überfordert. Da kamen uns wieder die, äh, die Deutschen, so sage ich, äh, oder die Bevölkerung, ja, die Bewohner Berlins, sage ich so, kamen uns zur Hilfe, äh, haben viel unterstützt, die Polen, vor allem die Polnischen Sprachen, ähm, weil, ähm, die ukrainische und polnische Sprache ähnlich ist. Und wenn man polnisch langsam spricht, kann man, ähm, ähm, Ukrainer können polnisch verstehen. Und das war auch eine, also eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen mit Schipersonal. Äh, die Arbeit mit den Geflüchteten dauert weiter. Wir haben, äh, am Sonntag zwischen 180 und 200, äh, äh, Gottesdienstbesucher, die kommen weiter mit eigenen, äh, mit eigenen Problemen, die wir auch dementsprechend, äh, behandeln müssen. Aber was wir auch sehr viel gemacht haben, was die Geflüchteten nicht anbetrifft, wir haben enorm viele Hilfsgüter in die Ukraine ist. Äh, wir haben zusammen mit dem Verein Ukraine Hilfe uns, ähm, geschlossen und, ähm, ähm, haben diese Sammelstätte in, äh, in der Natana Kirche und betreiben die auch weiter bis heute. Ähm, ich sag nur kleine Zahlen, wir haben, äh, bis heute Stand gestern, war es, äh, wieder fünf Fahrzeuge, die in die Ukraine gegangen sind, haben wir bereits über 1.100 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine versandt. Wir haben nie Kleidungsstücke gesammelt. Wir haben, äh, jetzt die Aktion mit Allianz for Ukraine, ähm, und Allianz ukrainische Organisationen und Berliner Senat, ähm, Wärmebrücke Ukraine gestartet. Dabei haben wir alle, äh, Sackspenden, äh, mit Teilen und Spenden hinbeschickt. Alles, was wir geschickt haben, ist Hygieneartikel, Lebensmittel, Medizin, äh, Generatoren, äh, und, ähm, Batterien, alles mögliche, technische, technische Ausrüstung, die auch für zivilbevölkerung nötig ist, auch Filter, äh, Wasserfilteranlagen und, und, und. Ähm, ich, ja, soweit zu, zu der Tätigkeit ist, ich könnte taglang erzählen, aber ich hoffe, ich habe so einen Impuls gegeben, was wir alles geschafft haben in dem letzten Jahr. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Ilin. Also ich glaube, man kann ahnen, wie, ähm, äh, wie schwierig das ist und was da Enormes geleistet wurde, 1.300 Tonnen und, ähm, also die verschiedenen Bereiche, die Sie aufgezählt haben, ähm, ähm, also 20 Stunden am Tag, am Anfang zumindest, äh, das, äh, ist, äh, bewundernswert und, ähm, äh, äh, genau, mein Respekt darf dazu und ich ahne von dem Vortrag von Julia Gernach, dass das in ganz vielen Stellen der Republik auch ähnlich ist. Also, äh, toll, dass Sie das machen. Wir sind jetzt leider schon am Schluss angelangt. Ich glaube, man könnte noch viel, wir könnten noch alle viel länger diskutieren. Ähm, weiß ich, Jasmin, hast du noch einen Hinweis, Veranstaltungshinweis, oder? Ja, dann würde ich jetzt meine Frage zurückziehen, ähm, das stimmt natürlich, da kann man noch wirklich viel weiter drüber sprechen, aber vielleicht einen Veranstaltungshinweis, genau. Also die Broschüre, auch die, die Inhalte, die Julia Gernach in Teilen auch schon heute vorgestellt hat, die werden wir Ende Mai veröffentlichen. Wir werden dazu eine Veranstaltung organisieren, ähm, und dort auch nochmal die Projekte, ähm, einladen und, ähm, Sie sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, wenn Sie Interesse haben, schicken wir gerne ein, Date-for-Date oder, ähm, oder, ähm, oder nehmen Sie in den Verteiler auf. Dankeschön. Und, lieber Rett, was sind für dich die, ähm, die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute hier daraus mitnehmen? Viel, viel, ähm, Gedankenarbeit auf jeden Fall im Nachhinein. Ähm, ich glaube vor allen Dingen diese, die enorme Kraft, ähm, um zivilgesellschaftliches Engagement auch zu bündeln, die weiterhin religiöse Räume oder Religionsgemeinschaften haben. Ähm, und ja, im Endeffekt auch, ähm, was ja eben gerade nochmal, äh, gerade nochmal verdeutlicht hat, dass, ähm, momentan wahrscheinlich Religion und Politik nicht komplett trennbar sind, ähm, in der direkten Konversation. Ähm, vor allen Dingen eine Seite natürlich auch, ähm, ja, das eigene Narrativ oder die eigene Ideologie so, ähm, religiös auflädt oder religiös getrieben auflädt. Ähm, ja, was sind deine, glaube ich. Ja, ich schließe mich da an. Ich fand noch spannend, äh, die, die Form der Vernetzung und Zusammenarbeit vor Ort, einmal wie wichtig die ist, aber auch, ähm, dass die sich ändert. Also, ähm, von, man hilft sich gegenseitig oder tauscht sich aus bis hin zum Aufbau von, äh, Strukturen und, ähm, eben entstehen wiederum neuer äh, Strukturen oder neuer Formen von Arbeit. Und ich fand auch interessant, äh, ja, letztendlich, dass das Thema Win-Win-Win ist, also für die Menschen selber gut, für die, äh, äh, Gesellschaft und, ähm, auch für die Religionsgemeinschaften. Kann man noch lange drüber diskutieren, wer stoppen an dieser Stelle, weil alle, äh, denke ich, auch raus aus der Mittagspause müssen oder wieder in andere Projekte. Bedarke mich sehr herzlich bei Julia Berlach als Referentin und bei André Ilin, äh, von der ukrainisch-orthodoxen, äh, Kirche Merlin, ähm, auch bei, ähm, äh, meiner Kollegin Yasemin Menua und, äh, Elisabeth Pieper, ähm, für die, für die Anregung und die, ähm, noch zu veröffentlichen Studien und, ähm, äh, äh, zu dem Thema und Veranstaltung. Bei Red Mütrich, genau, wieder klasse Zusammenarbeit und bei, äh, Bianca Zerta, äh, äh, für den technischen Support, äh, eben bei Ihnen allen für die, äh, äh, antriegende Diskussion. Bleiben Sie dabei. Wir treffen uns wieder in 14 Tagen. Es geht dann um ein ungewöhnliches Thema, aber wir fanden es einfach wichtig. Viele Kommunen sind sehr rausgefordert durch die Erdbeben in der Türkei und Libyen und, äh, äh, weil es eben auch große, ja nicht nur eine große Hilfsbereitschaft gibt, sondern auch eine große türkeischstämmige und zürischstämmige Community vor Ort. Also dazu mehr in 14 Tagen am 28. März, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Alles andere auf unserer Website. Vielen, vielen Dank und angenehmen Nachmittag. Bis bald. Schönen Nachmittag. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.